Können Rentner aufatmen? 90 Milliarden Euro Entlastung durch Gaspreisbremse sollen kommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 10. Oktober 2022 hat es eingeschlagen wie eine Rentenbombe. Die Gaskommission hat Vorschläge zur Gaspreisbremse und Wärmepreisbremse auf den Tisch gelegt. Milliardenentlastung oder weniger Belastung für Rentner, Unternehmen, Arbeitnehmer, Studenten und die gesamte breite Palette der Bevölkerung. Es soll für alle Gas- und Wärmekunden im Dezember 2022 eine Einmalzahlung geben. Die Höhe dieser Einmalzahlung richtet sich nach der Höhe des Abschlags, den Sie im Monat September an Ihren Gas- oder Wärmeversorger gezahlt haben. Anfang März 2023 bis Ende April 2024 soll es dann eine Gas- und Wärmepreisbremse geben. Der Staat garantiert einen Grundpreis von 12 Euro brutto inklusive Steuern und aller Abgaben für eine Grundmenge Gas pro Kilowattstunde. Der Grundpreis liegt bei 80 Prozent des Verbrauchs, der uns wiederum im Monat September als Grundlage für die Abschlagsrechnung zugrunde gelegt worden ist. Für Fernwärmekunden soll es die Fernwärmebremse geben. Wie beim Gaspreis soll hier der Bruttopreis nicht 12 Cent betragen, sondern 9,5 Cent für ein Kontingent für 80 Prozent des entsprechenden Verbrauchsmonats. Für die Industrie soll ab 2023 für ein Kontingent für 70 Prozent der Kilowattstunden an Gas es einen Fixpreis von 7 Cent netto geben. Hier werden dann noch entsprechende Steuern und Abgaben zusätzlich erhoben. Laut einer ersten Überschlagsrechnung beträgt das Gesamtpaket für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden bei Gas sowie Fernwärme rund 90 Milliarden Euro Entlastung, die durch den Staat hier gezahlt werden sollen. Genauer Zahlen hat die Gaskommission in ihrer Pressekonferenz am 10.10.2022 noch nicht veröffentlicht. Also es ist immer noch ein bisschen offen, wie das Ganze dann wirklich im Detail noch genauer aussehen soll. Warten wir ab, wie die Gaspreisbremse dann wirklich ausgestaltet werden soll. Ich sage erst mal, wenn das so kommt, was heute vorgeschlagen worden ist, dann können wir alle erst mal ein bisschen aufatmen und beruhigter durch den Winter kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.